Schönen guten Morgen Metal-Pellaten-Freunde hier aus Fianden in Luxemburg. Jetzt muss ich mich da ein bisschen anders herhocken und übrigens ist da manchmal ganz schön ein Lärm, wenn ein Auto kommt. Wir fahren halt von Fianden, wie gesagt, der luxemburgischen Grenze entlang nach Trier. Es ist nicht so dramatisch, ein bisschen über 70 Kilometer. Julia Geitel hat gespendet, ist Supporter hier mit der Tour. Danke für den Beitrag an die Wacken Foundation, liebe Julia. Dance Macabre von Ghost habe ich da rausgesucht. Ich hoffe, dir gefällt der Song. Allen wünsche ich einen schönen Tag. Wir schneiden wieder ein kleiner Movie zusammen. Ich wünsche was. Bis später. Petit Swiss Luxembourg. Jetzt wird es hinterher wegfahren. Also, Echternach ist im Zentrum der luxemburgischen Schweiz. Hier. Ich wohne in Berg am Leim. Das ist wahrscheinlich die Münchner Schweiz. Das ist genau dasselbe Scheiß. Das ist echt Sportlergedeckt. Ich trinke nämlich mein Espresso gern mal mit einem Red Bull. Hat man ja als Kind schon gemacht. Wenn man dann in einen Tunnel gekommen ist, war es besonders spannend. Heute nur so. Sieht bloß nichts. Ich muss Sonnenbrühen aber da. Das ist aber albern. Jetzt haben wir auch mit dem Schumann. Liebe Weinfreunde, ich muss euch enttäuschen. Das wird heuer kein guter Jahrgang. Das erkenne ich schon am Farbenspiel des Himmels. Weltgrößter Hüpfburgenparcours Europas. In Trier. 20 Uhr. Geht's los. Weltgrößter Hüpfburgenparcours Europas. Das muss sein. Weltgrößter Hüpfburgenparcours Europas. Obligatorisch. Stund vor Zieleinlauf in Trier. Jetzt sind wir jetzt auf dem Mosel Radweg angekommen. Schöner Radlweg. Schönes Flüsschen. Schön ausgefahren. Geht's. 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 Bis zum nächsten Mal.